wie läuft ein typisches high game ab map inferno bis der runde bierasch ich werde mich nie beschweren außer ich krieg voll auf die fresse ne quatsch ich werde mich nie beschweren ach du scheiße ich mache die wetten geschwind wetten kommen das weiß ich mal kurz auf nicht haben wir gewonnen die musik wünsche nicht mehr weil in der vergangenheit wie gesagt in der vergangenheit gab es immer wieder wünsche die so zu aufstand geführt haben dass ich vor dass ich wiederum die leute die sich das gewünscht haben aufgeregt haben pimmeleien entstehen und ihr euch vielleicht anfangen zu hassen wegen wegen irgendwelchen sachen nicht dass ich das bei vermute jetzt war es war damals die überlegung ja warte mal also ich weiß auch nicht was da passiert ist aber da habe ich auf jeden fall aber die kackelei ja wenn sie da wirklich alleine rum wurscht macht die habe ich in der sg ich wollte das abip kaufen ich fett schwein wenn das wutz einer ist eine wutz achtung pay attention ist einer ist eine warte kusa aber ich habe halt auch von der kursache ein geschrei gehört die sind durch ich bin tot und das ist gut ich habe auch jetzt jetzt schon reifer als das ist auch sehr sehr reifes bläumchen scheiße mann ich habe schon wieder die hose geschissen jetzt das hat keiner gesehen achte scheiße ja mir macht ihr bitte weg der ist urlaub also ich muss eine sache sagen bis auf einen ganz kurzen kleinen moment habe zumindest die runtergespielt pimmeleien entstehen und ihr euch vielleicht anfangen zu hassen wegen wesentlichen sagen sachen nicht dass ich das bei dir vermute jetzt sondern das war die überlegung ja wir müssen wir sehen pass auf nevi und bis das nicht mit der diegel reingesprungen ist ja gut wir haben jeder also fehler wurden begangen ich habe auch ein bisschen quark gemacht ne ich habe so oft habe ich euch am anfang obwohl ich beim motorrad und auch kontorrad stehe habe ich euch die bombe zugeworfen damit ich dann banane hochgehen kann keine ahnung was da meine mission war wahrscheinlich einfach keine ahnung kacke naschen mit instagram kleben die sachen ziemlich einfach und papa wünsche ich mir 100 rollen dann zur weihnachtszeit dass ich mal langsam ein kartoffelflip esse denn dann gehe ich mit deiner dicken fettner mutter auf die instagram messe